Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Prüfungsvorbereitung für Industriekaufleute. Mein Name ist Jens Beyer und in diesem Video möchte ich Ihnen aus der Winterprüfung 2009 eine weitere KSK-Aufgabe zum Deckungsbeitrag vorstellen und gemeinsam mit Ihnen lösen. Und zwar handelt es sich hier um die Aufgabe 2.6. Wir greifen die einfach mal aus dem Zusammenhang raus, weil die kann man auch ohne die ganzen Vorinformationen einfach lösen. Das ist eine schöne Knobelaufgabe, bei der man auf die Grundformeln der Deckungsbeitragsrechnung zurückgreifen muss. Also wir haben gegeben den Deckungsbeitrag pro Rudergerät, also den kleinen dB von 150 Euro pro Stück. Und wir wissen, bei 2.000 Stück haben wir einen Gewinn von 120.000 Euro und sollen aber jetzt die Gewinnschwellenmenge ermitteln. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal die Formel für die Gewinnschwellenmenge, bei der ja der Gewinn eigentlich Null sein soll. Wir wissen aber hier nur, dass er 120.000 ist. Okay, das ist schon mal die eine Information. Und dann müssen wir natürlich auch noch wissen, oder wie steht Deckungsbeitrag und Gewinn jetzt nicht pro Stück, sondern insgesamt in welchem Zusammenhang. Also diese beiden Formeln müssen wir jetzt anwenden. Sie können ja erst mal selber probieren und dann lösen wir gleich gemeinsam auf. Also das Erste ist, wir brauchen den Deckungsbeitrag. Das sind die 150 Euro pro Stück mal die 2.000 Stück sind dann 300.000. Das ist der gesamte Deckungsbeitrag. Das ist der Beitrag, den die Produkte zur Deckung der fixen Kosten beitragen. Das ist ja die Definitionssache. So, dann fehlen uns aber, also gesucht sind jetzt die fixen Kosten. Die brauchen wir nämlich für die Berechnung des Break-Even-Points. Aber wir wissen ja, dass wenn wir nach dem Deckungsbeitrag die fixen Kosten abziehen, der Gewinn übrig bleibt. Und der ist halt jetzt hier bei 120.000 ja vorgegeben. Und dann können wir auch schon die Lücke hier füllen. Das sind dann 180.000 fixe Kosten. Und wenn wir jetzt uns die Formel für den Break-Even-Point anschauen, nämlich, ich hoffe, Sie können sich erinnern, da muss man ja gerade die fixen Kosten, die gesamten fixen Kosten, durch den kleinen dB teilen. Das ist ja wunderbar, das haben wir ja jetzt alles. Ich kürze das hier mal ab. 180.000 durch 150 pro Stück. Ergibt dann ein Break-Even von 1200 Stück. Wunderbar. Damit wäre die Aufgabe gelöst. Okay, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Üben und beim Lernen.